Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden jeden Tag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Ihre Motive und Ihre Pläne werden in Frage gestellt werden, also stellen Sie sicher, dass Sie Antworten parat haben. Es ist wichtig, dass Sie gut organisiert sind, und das werden Sie höchstwahrscheinlich auch sein. Die Energie des Tages begünstigt Ihr Bedürfnis, eine lange Liste zu erstellen und sich an sie zu halten. Gesundheit Vielleicht sollten Sie sich ein Buch kaufen, um Ihr Wissen über Gesundheit und Ernährung zu erweitern. Ein kluger Mensch kennt die grundlegenden pflanzlichen und ganzheitlichen Praktiken, die für ihn als Individuum funktionieren. Während Sie sich verschiedene Bücher ansehen oder mit einem sachkundigen Freund sprechen, sollten Sie sich auch mit dem Vegetarismus beschäftigen. Das ist ein großes Thema, also werfen Sie nur einen Blick darauf, wenn es für Sie neu ist. Liebe Die Atmosphäre könnte heute etwas Aufhellung vertragen. Sie müssen ziemlich viel lächeln und fröhliche Gespräche führen, bevor andere darauf reagieren. Das könnte sehr langweilig sein, vor allem, wenn es um geliebte Menschen geht. Aber wenn Sie sie dazu bringen können, ein wenig darüber zu sprechen, warum sie so distanziert wirken, könnte das die Luft reinigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr morgiges Horoskop zu sehen. Bis bald!